Es war einmal ein kleiner Junge, dem waren Vater und Mutter gestorben. Seitdem wandert er alleine durch die Welt. Und wisst ihr, wie er hieß? Lumi hieß er. Das kommt von Lumière. Das bedeutet Licht. Aber das wusste Lumi natürlich nicht, denn er war ja ein kleiner Junge. Er wusste nur von ganz, ganz früher, dass es etwas gibt, das Weihnachten heißt. Und das wollte er finden. So wanderte er suchend durch die Welt. So wanderte er. So wanderte er. So wanderte er. Guten Tag. Ich suche Weihnachten. Weißt du, wo Weihnachten ist? Das ist nirgendwo kleiner. Das muss man machen. Tschüss. Mit allem ein bisschen scharf. Guten Tag. Ich suche Weihnachten. Weißt du, wo Weihnachten ist? Das ist nirgendwo kleiner. Das muss man machen. Aber ich kann mal durch meine Kamera schauen. Vielleicht kann ich doch was finden. Dann zeige ich es dir. Nein, Kleiner. Nichts da. Außer ein Brautpaar. Hat das vielleicht mit Weihnachten zu tun? Da könntest du recht haben. Vielen Dank. Guten Tag, Herr Tönemacher. Guten Tag, Herr Tönemacher. Guten Tag, Herr Tönemacher. Ich suche Weihnachten. Weißt du, wo Weihnachten ist? Guten Tag, Kleiner. Ich bin ein Dudelsackspieler und komme von Weißen. Immer mache ich Musik. Wo Weihnachten ist? Nein, Kleiner. Das weiß ich nicht. Vielleicht meine Musik. No, ich weiß es nicht. Ob man da was machen muss? Viel Glück beim Suchen, Kleiner. Und so ging Lumi weiter, bis er an einen hohen Berg kam. Guten Tag, lieber Lumi. Du kennst mich? Ja, ich sehe dich schon lange. Etwas um dich herum leuchtet so schön. Das sehe ich selten. Wer bist du? Ich bin eine Fee. Nur manche Menschen sehen mich. Du siehst mich, weil du ein Licht um dich hast. Liebe Fee, ich bin ein Mensch. Ein Kleiner. Und ich suche Weihnachten. Weißt du denn, wo Weihnachten ist? Lass uns auf den Berg gehen, Lumi. Ist hier oben Weihnachten? Ja, ein bisschen Weihnachten ist hier oben, Lumi. Und überall, wo die Menschen gut zueinander sind. Dann leuchtet das Licht, das du schon hast, Lumi, besonders hell. Aber das große Weihnachten, das die Menschen feiern, das ist nur einmal im Jahr. Dann feiern die Menschen, dass vor langer, langer Zeit einmal ein großes Wunder geschehen ist. So, als wäre das Licht gerade geboren. Da haben sich die Menschen gefühlt, als wären sie selbst neu geboren. Darum feiern die Menschen dieses Licht. Und es leuchtet von selbst, überall. Da muss man gar nichts machen. So stelle ich mir Weihnachten vor. Josef Musik W狙uk D Musik Untertitelung des ZDF, 2020